Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark Ich hab die letzte Aufnahme einfach nur pausiert und dann mach jetzt weiter nach 2-3 Stunden Ich hab's immer noch nicht neu gestartet leider Aber auch nicht so schlimm denke ich mal So wir wollten dahinter gehen Ich entsinne mich Oh es lässt schon wieder leicht nach aber es ist besser wie Letztes Mal schon mal müssen deutlich sagen also es ist schon äh besser geworden Der Wind lässt noch Och Mensch Kai schickt mir ein Bild von Ich bin in Skype nicht auf beschäftigt gegangen Scheiße, ihr sollt Kai die ganze Zeit durchschreiben und ihr werdet unten rechts die ganze Zeit das Skype zum Bull sehen Ah egal Was ist denn das ist Ist das eine Art Hafen oder Großes eingestürztes Haus Aber von da kommen wir ne So Kai gibt eine Nachricht ein Das ist wieder eine tolle Folge mit Skype Auch letztes Mal so Ne, nicht letztes Mal aber vor Malen Da hat man auch schon Skype mit drin Da hat man auch schon Skype mit drin Ach schwirb, hier haben sie äh Hüls über Wassertransportiert oder sowas Ich weiß es ne Ich hab grad kurz das Bild angeguckt Aber es ist faszinierenderweise immer Kai der mir da Bilder schickt in Aufnahmen Das habe ich so ein Mikro ruckloh, wenn ich wüsste warum Och Kai Mensch Wurdest du jetzt neben mir wohnen als Nachbar hätte ich das schon längst das Studio gelaufen, hätte ich ja ein runtergefallen Warte mal, komm wir nicht von hier Ne, wir kommen nicht von hier Ah, schön, haben wir wieder einen Ob gefunden Heißel, neue Gaming-PC, so war Alles das, was ich auf dem Bild singe kann, kann ich Sagen, der sieht nicht aus wie Gaming-PC Wir haben auch Betten Oh, was haben wir da? Ah Ach komm, wir brauchen Kai Hüls Noch ne Geh uns ein Messer von kaputt Mal mehr ist, glaube ich, hier drinnen auch nicht Irgendwann gehen wir wieder raus Wobei wir ja auch den ganzen Tag hier drinnen rumhocken in so ner Hütte Ach, ich frag mich, scheint das Spiel mal Ach, es geht wieder sturmlos und dass man hier ein Ende nimmt Schön, dass es zu Hier scheint aber nichts weiter zu sein Ach, da, 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 hier steht noch ne Hütte Das klingt mir, als wären dort Leute drinnen, die raus wollen Oh, jetzt wird's wieder dunkel Ah, warte, das wollte ich jetzt nicht Handschuhe nehmen wir natürlich immer gerne mit Oder eine Mütze Mal sehen, vielleicht ist das Zeug besser Warte, wo ich hier Ja, nochmal Zeitung nimm mal mit Weil Zeitung können wir immer gebrauchen Oh, Sardinen, da brauchen wir unbedingt Essen Wir haben wenig Essen Wo ist Salzgräger immer gut Nichts Ich hab' nur gemerkt, ich hab' heute, ähm Der Long Dark Folge 3 Glaube hochgeladen Ich kann das benutzen Und da hab' ich gemerkt, ich bin immer manchmal etwas etwas still, also bei solchen Durchsuchaktionen, ja So, ich hoffe, das Licht verlässt uns, ne Sardinen immer gut, oh Das würde ich gerne wissen Normalerweise steht da immer geschrieben, was das sagt, aber ja, leider durch meinen kleinen Fehler Fehler Was haben wir denn da? Ah, hier guckt Mayonnaise auf der Toilette Oh, das haben wir gar nicht untersucht jetzt jedes Mal Ich hoffe, dass jemand das noch mehr braucht Oh, der von hier ist noch mal gekommen Ah, Wasser Oh, der von hier ist noch mal gekommen Brauch mal ein Geschneid Der Typ bekommt langsam Durst Ich untersuche noch das Haus Dann, äh, gucken wir mal, was wir brauchen, was wir nicht brauchen Und dann ziehen wir weiter Ich hab' mir so vorgenommen, eine Stunde aufzunehmen Viel Spaß beim Schneiden wünsche ich mir dann Eine Hose Oh Den hab' ich ja auch nicht gesehen Da, da war's unten drunter Oh, guck mal So, wir gehen runter So, aus Und Warte, ach, das war ein Fehler Ich will eigentlich grad die Lampe wegmachen Das gehen wir Hier, Kleidung Wir haben Diesen Pullover Ui, diese Jacke anziehen Socken Oh, hier, Handschuhe anziehen Ui, wir sind schon wieder ganz schön drüber hier Ähm Ablegen 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 Anziehen Ach, Quatsch, hier Anziehen Und das tun wir Warte mal, da kann man doch mal eine Aktion machen Machen wir uns weniger viel Stoff draus aus der Hose Dass die ne ganz sinnlos ist Komm, hier, Ablegen Na, nimm so viel Müll immer hier mit Ja, nimm so viel Müll immer hier mit Erstmal bisschen was Und trinken Orangenlimo, hier nimm mal die schlechte So, wie sieht's aus Ui Ich hab immer noch ne ganz voll Ich hab immer noch ne orangenlimo, juhu Und, äh Sardinen Ein Energy-Riegel Den hieb uns mal von Notverlauf Frisches Schweinefleisch mit Bohnen Oh, gerne Essen Natürlich hat nimmer die zivilisierten Menschen einen Dosenöffner Ich hab' den Hör' dich doch wieder gut aus Dupdi Dupdi Dup Fünf Stunden nachher Dupdi Dup Dupdi Dup Dupdi Dup Dupdi Dup Fünf Stunden nachher Dupdi Dupdi Dup Dupdi Dupdi Dup Dupdi Dupd Das da hinten war glaube ich unsere Putze.